Ein mehr als würdiger Rahmen für die letzte Viertelfinalbegegnung im diesjährigen Niederrhein-Pokal. Über 1000 Fans zu Besuch im Duisburger Nordwesten. Der VfB-Homberg-Tabellenführer in der Oberliga empfängt Regionalligist Wuppertal mit den schwarzen Trikots. Die klassentieferen Gastgeber. Demzufolge logischerweise ganz in gelb gekleidet. Trainer Stefan Janssen hatte vor der Partie verkündet, in einem Pokalspiel ist alles möglich. Was danach folgte, war hoffentlich nicht nur die Einzahlung ins Rasenschwein, sondern auch eine ordentliche Anfangsphase seines Teams. Von rechts nach links, die in der ersten Viertelstunde mehr für die Offensive taten. Allerdings ohne die letzte Präzision auf schwer bespielbarem Geläuf. Der WSV das erste Mal nach einer guten Viertelstunde vorne aktiv. Die Ecke eher mittelmäßig, aber dann ist Hagemann da und beim zweiten Mal sitzt er. Kevin Hagemann, über 1000 Minuten Spielzeit hat er gebraucht, aber jetzt ist es da. Sein erstes Tor für Wuppertal in dieser Saison. Und das Team von Coach Adrian Alipur, es braucht seine Offensivkraft mehr denn je. Top-Torjäger Christopher Kramer in der Winterpause ja in die Regionalliga Südwest gewechselt. Mit der Führung im Rücken die Gäste jetzt stärker. Homberg wirkte geschockt, brachte Offensiv nicht mehr viel zustande. Und dann Markus Wolf mit dem Blackout, wieder Hagemann, diesmal nicht. Hagemann das 2 zu 0 auf dem Fuß scheitert an Philipp Gutkowski im Homberger Kasten. Danach kann der VfB das Spielgerät klären. So ging es mit der knappen Führung für den Favoriten in die Pause. Aber auch nach dem Seitenwechsel schaffte es der VfB Homberg nicht, die Wuppertaler ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Ganz im Gegenteil, es war weiterhin der WSV, der hier die optische Überlegenheit hatte. Viktor Meyer beim Freistoß und der hätte wohl gepasst. Gutkowski bewahrt seine Mannschaft vor der Vorentscheidung. Mittlerweile 65 Minuten gespielt. Nach der Ecke kommt Gaetano Mano an den Ball knapp vorbei. Aber das änderte nichts. Die Wuppertaler spielten das weitestgehend souverän. Auch wenn sie es an der ein oder anderen Stelle verpassten, frühzeitig nachzulegen, der Kopfball von Dennis Malura zu harmlos. So ging es in die Schlussphase. Wuppertal hinten weiterhin sicher und mit ordentlich Spiel auf Zeit. Bei den Hombergern hoch und weit das Mittel der Wahl. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass von dem wenigen Rasen zu Beginn des Spiels jetzt nur noch ein besserer Acker übrig war. Der strömende Regen tat da sein übriges an gepflegtes Kurzpassspiel also nicht im entferntesten zu denken. Und dann war es geschafft. Der Wuppertaler SV wird seiner Favoritenrolle gerecht und steht verdient in der nächsten Runde. Die Halbfinals wurden direkt im Anschluss ausgelost. Rot-Weiß Essen hat Drittligist Irdingen zu Gast. Die Wuppertaler müssen beim 1. FC Monheim wieder auswärts und wieder gegen einen Oberligisten ran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.